Ich war dann auch immer noch wegen 22. Ah, ich habe noch Angst, ich habe mir geschrieben, was du meinst, wegen Lofen. Ich dachte, vielleicht bist du jetzt noch mal runter. Nein, 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 nein. Ich habe mir gesagt, dass ich die Mails im Spam-Filter habe, weil ich dachte, ich stiesse die unter. Weil manche ist eher nach dem, was du einschreibst, dass sie das im Geschäft, der Marc, nicht angeschossen wird. Kann man laufen, ist klar. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar, ich bin zu früh weg. Ja, das sollte man machen. Das ist klar. Ah, ja, ja. Zu gut. Also von mir aus Zahra. Das sollte ich sein. Bravo, Barbie! Erste Wann.